Ist der Stress so möglich, du da tust ned hint und vor. Es gibt eine Lösung schwer, ne lieg ned, das ist vor. Frogen Bergmeister Conny, der hat Zeit genug. Als Chef der BBT braucht er noch einen Job dazu. Auf der Runde als Präsident hat er ned viel zu dien. Als Zubrot darf er jetzt zu der Stiftung auch noch gehen. Machst du einen Verein und brauchst noch einen Kassier? Das ist ja kein Problem, ja, der Conny, der hilft dir. Es geht das Spiel nicht so schön, wer macht die Regie? Riefst du dich, den Conny, um die Nummer D, was ich? Brauchst du in dein Haus einen Hausverwalter? Soll das funktionieren? Frogen Bergmeister Conny, der hat Zeit genug. Als Chef der BBT braucht er noch einen Job dazu. Auf der Runde als Präsident hat er ned viel zu dien. Als Zubrot darf er jetzt zu der Stiftung auch noch gehen. Hast du mal keinen daweil, ob er da haben zwei Hunde? Das ist ja keine Frage, der Conny macht eine Runde. Bist du beim Bauten und der Boden war rauszuheben? Frogen wollen, kann ich ein paar Tipps, kann er dir geben? Dein Haushalt isch im Chaos, von der Kuchel ins Klo. Mach dir keine Sorge, weil der Conny isch ja da. Frogen Bergmeister Conny, wer hat Zeit genug? Als Chef der BBT braucht er noch einen Job dazu. Auf der Runde als Präsident hat er ned viel zu dien. Als Zubrot referiert er jetzt zu der Stiftung auch noch gehen. Wer weiss, wer weiss, wenn er ned war, bricht noch alles zusammen. Bist du normal umgestellt, das war ja gar nicht gegangen. Allein schon vom Gesetzlichen, bist du gleich ein Typ. Der Conny isch ja besonderer Fall, ich hab alle lieb. Geht's um Bergmeister Conny, der hat Zeit genug. Als Chef der BBT braucht er einen Job dazu. Auf der Runde als Präsident hat er ned viel zu dien. Als Zubrot darf er jetzt zu der Stiftung auch noch gehen. Conny, ich hätte noch eine Frage, weil, weißt du, ich habe unten das Rad stehen und sage, Mann, ja, Patsch, kannst du nicht live vorbeikommen und Patsch flicken? Und wenn ich gerade da war, weißt du, ist das Zimmerwaren auszuwechseln? Ja, nein, danach putzen tue ich mir schon selber ned. Oder das ist allein, mein, super Conny, weil, so geil, ich warte, gell, immer fünfe noch, für dich. Super Conny.